Vorteile anzeigen. Wir schauen rein. Level reicher Hugo. Ich hab's gemacht, Leute. Ich bin rein. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Jetzt kriegt hungriger Hugo von mir 100 Euro im Monat, Digga. Aber gut. Für den Content, Digga, kann man sich nicht beschweren, wa? Gehen wir rein. Gehen wir rein, Leute. Ich hab übertrieben Bock drauf. Let's go. Was haben wir hier? Trimax und Papaplatte sind reich. Rein in die Masse, Digga. Let's go. Man muss auch mal in hungriger Hugo investieren, Digga. Man muss in hungriger Hugo auch mal investieren, Leute. Man muss in hungriger Hugo einfach mal investieren. Wisst ihr, was ich meine? Man muss in hungriger Hugo einfach investieren. Versteht ihr? Das ist wie eine Aktie. Die geht hoch. Kein Fall Mitglied werden. Nur abzocke, Digga. Ich bin Mitglied. Ich bin reicher Hugo. Und ich sag's ganz ehrlich. Investiert in hungriger Hugo. Es lohnt sich. Magst du Pizza Ananas? Nee. Aber, warte. Ich glaub, schon. Chillig, bro. Chillig. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge. Geh mal auf weiter da, Junge. Ich bin bei ihr, Alter. Digga, so eine richtige geile Marzahner Schnauze, Junge. Was soll das denn jetzt hier? Boah, Digga, ich kotze gleich. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass irgendjemand bei einer Schlägerei einfach dem anderen einen Arschbohr gegeben hat. Noch nie gesehen. Noch nie. Digga, wer gibt denn mit dem anderen während der... Das ist... Das ist der... Don Juan, der ist jetzt nicht so zugänglich, aber der ist ja... Digga, gleich der allererste, hat so eine rote Binde, heißt Don Juan, und der ist nicht so zugänglich. Der hat schon zwei Kinder auf dem Gewissen. Dann verstehe ich dir, danke schön, Bro. Warum denn Don Juan, Alter? Schaffst du's? Ja. Bist du sicher? Ja. Wer ist das nochmal? Michael, ähm... Wie heißt der? Michael Schmal... Schmalbein? Wie heißt der? Michael... Michael, ähm... Solmecke. Nein, wie heißt der denn? Smollig. Michael Smollig, ja. Michael Schmalbein. Michael Smallcock. Boah, Digga, jetzt schlägt der mich in der Innenstadt zusammen, wenn der mich sieht. Das ist nicht Michael Wendler, nein. Bro, Digga, wieso weiß ich seinen Namen nicht? Was ist mit mir? Natürlich. Betrau mir. Bereit? Was macht's jetzt? Ohohohohoho. Aha. Ah. Au. Ja, Digga, den krieg ich jetzt auch dafür, dass ich ihn Michael Solmecke genannt habe, Alter. Iiiiih! Platz 1 Streamer. Oh Leute, irgendwann mache ich auch mal einen Stream, einfach Geld verbrennen. Wie schreibt man Känguru? K... A... ...K... 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 ...E... ...N... ...K... ...E... ...A... ...K... ...K... ...N... ...D... ...E... ...N... 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 Oh nein, der Arme, Digga, der Arme! Würde dich doch jetzt rein, theoretisch stören, wenn ich hier dann auch forzen würde? Beim Essen? Junge, 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 Junge. Das ist ein Umbring. Das ist ein Umbring. Ah! 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 Wer weiß denn sowas, mit Elton und Revintan im Team, 18.2., 18.50 Uhr, nur auf ARD zu sehen. Ah! 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 Digga, für mehr reicht's doch nicht bei dem... Digga, hat Kevin überhaupt einen Abschluss? Ne, wa? Ich muss wirklich sagen, also... ...Schnee... ...ist jedes Jahr einfach... ...einfach wieder... ...echt... ...also... ...ich genieße jedes Jahr wieder den Schnee, muss ich wirklich sagen. Also, wirklich. Der Schnee finde ich immer cool Ach Bro Ja Digger Was Oh 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 Ein bisschen zu dünn für mich Das ist gut bei hungriger Hugo, der Ehrenmann, der zensiert nämlich noch Schön für den Ja ich bin schon dicker als er und das ist ein bisschen Was wiegst du Bruder? 1,53 Entspann dich auch Was wiegst du 1,53 Stammann 3,50 Ganz normal Drei Woche Ja Digger komm also jetzt reichts Das ist YouTuber mit Flaggen Ja Digger ich hab mich versprochen Oh Oder Schweiz und Österreich so Das sollte man schon wissen Finnland ist das ne? Das ist Norwegen Bro Flagge Ja Digger es ist Dänemark Ach Junge scheiß doch drauf Digger scheiß doch drauf ganz ehrlich Oh ey ist das euer ernst oder was? Oh 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 W.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Nein! Auf'm ersten Blick sah's wie Deutschland aus. Ja, versucht ein Clip zu machen. Ich hab meine Clips gerade ausge-geopfer. Glaube ich. Oh, geil. Ich kann's nicht fassen. Anzeige ist raus. Ich kann's nicht fassen. Bürgermeister, du H***-Sohn. What the f***? Suchst du Streit? Tempo 30 gilt für alle, Benjamin. Jetzt hör mal zu, Kollege. Okay, ich nehm's zurück. Ich hab Messi gezogen, was? Ja, das gibt's doch nicht. Ich hab... Alter, was? Digga, die beiden sind wirklich wie ein süßes Rentner-Ehepaar. Ich glaube auch... Digga, ganz schwierige Pose gerade von Montana Belek. Nimm den Arm runter, danke. Digga, da ist er auf jeden Fall... Aber ich gönn's. Ich gönn's. Ich gönn's. Ich würd's... Ach komm, ich liege nicht. Geil. Geil, Digga, geil. Ich war auch mal auf dem Kreisliga-Spiel. Ist auch chillig gewesen, hab einem Kollegen dabei zugeguckt. Bin einfach schon besoffen angekommen. Und das Ende des Lied ist quasi, dass ich tatsächlich hinter diese Dinger, also diesem Spielfeldrand, da hab ich hingepisst. Und dann hab ich in der Umkleide gekotzt und bin nach Hause gefahren worden vom Trainer. Arschgeil, Digga, wirklich. Naja, falls ihr wissen wollt, wie alt ich war, ich war zwölf. Hallo... Ich bin Profi-Spieler, genau... Ich würde mir für 3 Millionen Euro... Ich würd'mich zehnmal anschießen lassen, wenn ich dann nicht sterbe. Bro... Also zehnmal... Digga, da bist du... Wisst ihr, was ich dafür machen würde? Ich würde mir einen ganzen Tag lang ins Gesicht treten lassen. Mit Anlauf. Oh, Digga, man könnte ja bei deutschen Streamern sammeln, Elias. Also, wenn du Bock hast, wir Streamer legen alle zusammen. Ein Eier. Für Digga, für drei Millionen braucht man zwei Eier? Ich... Eigentlich hat er recht. Eigentlich hat er No-Joke, er hat recht. Er hat recht, er hat recht. Digga, 1,5 Millionen pro Ei. Ich verstehe das gerade nicht. Habt ihr gemeinsam Finanzen, oder? Nee, nee, nee. Digga, ich, wenn ich höre, dass ohne Ehevertrag geheiratet wird. Alter! Alter! Gott, nein. Also, ich könnte es mir holen, wenn ich wollen würde. Sie sind immer ein bisschen mad, wenn ich... Gemeinsam mit Ihnen! Ja, weiß ich doch nicht. Das Paar macht ja so eine Sch***. Ja. Gemeinsam mit Ihnen! Ja. Ich hab Max noch nie so lachen gehört. Ich hab Max noch nie so lachen gehört. Ich hab Max noch nie so lachen gehört. Ich hab Max noch nie so eine Sch*** labern gehört. Also, wer Schuhe länger als ein Jahr trägt, das ist für mich auch ein Zeichen eines Geringverdieners. Ja. Nein. Nein. Er hat recht. Eier. We're going to build the wall. This wall can't be climbed. This is very, very hard. Eier. Plus, it's designed to absorb heat. So, it's extremely hot. The wall is... You won't be able to touch it. Aber ich muss dazu sagen, der alte Monte... Ja. ...wärder härter... ...härter... 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 ...und da haben doch... Moment. Da kommt der Drop. ...rein... ...rein... ...die zum Teil Angst haben... ...sachen rein... ...weil die Angst haben, dass sie in der Mitte eingebaut werden. Ja. Man muss schon hart durchgreifen. Aber, äh... ...ne Bro, danke für den entspannten Talk. Hat mega geholfen. Danke dir, Bro. Wie dieser Mann Sex haben kann, das und viele weitere Mysterien sind in Deutschland bislang ungeklärt. Steht das Essen bereit? Moment. Hier sind im Prinzip die fertigen Utensilien. Hörst du gut aus, oder? Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ja, da drüben... Ach, sag mal, was war denn das gerade? Da liegt was auf dem Boden. Tatsächlich noch eine Zucchini. Free Fussel? Welcher Fussel? Bei mir? Oh, du hast tatsächlich einen Fussel. Warte, ich mach ihn weg. Das kann ich beim Schuss sein. Okay, sorry. Manager Memo. Hip-Hop-Hop-Hop-Hop Der spielt aber, das ist auch eine Sache, Montana Black spielt alle Positionen beim FC Bayern, das ist ganz klar.